Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Na, ihr habt uns aber kein gutes Wetter mitgebracht. Aber es hilft nichts. Diese Welt will gerettet werden. Ob es nun regnet, stürmt oder auch schneit. Zu Beginn dieser Folge müssen wir etwas tun, was wir schon einige Male tun wollten, was aber immer wieder in Vergessenheit geraten ist. Und das ist der Einkauf von neuen Pfeilen und eventuell sonstigen Kriegswerkzeugen. Und das können wir ganz wunderbar mit dieser Verführung vor uns hier verbinden. Wir haben eine Sternschnuppe in greifbarer Nähe. Mal was ganz, ganz Neues. Normalerweise finden die sich ja immer nur am ganz, ganz anderen Ende der Welt. Oh, das könnte schon wieder knapp werden. Das wäre es jetzt. Das wäre wirklich teuflisch. Oh ja, das wird knapp. Sie spawnt so nah vor unserer Nase. Und wir schaffen es trotzdem nicht, sie einzusacken. Nein, wir wollen es nicht heraufbeschwören. Komm schon. Nee, ich glaube, das wird zu knapp. Bestimmt um fünf. Die spawnt sie. Ja, nicht jetzt. Nicht, wenn ich hier bei der Arbeit bin. Ja, könnte das noch gehen. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die so lange existent bleibt. Nee. Oder? Hier müsste sie doch dann sein. Was für eine warme Begrüßung mir dieses Spiel doch zuteil werden lässt zu Beginn dieser Folge. Wundervoll. So nah und doch so fern. Okay. Dann eben nicht. Schade. Das hätte mir natürlich jetzt sehr gut getan. Ein bisschen Kleinod, dass wir zu Geld machen können. Bevor wir zu unserer Shopping-Tour aufbrechen. Aber es sollte eben nicht sein. Wie sieht es denn finanziell eigentlich aus? 312. Da ist schon noch Luft nach oben. Und gefühlt haben wir in letzter Zeit eigentlich auch nicht so viele Kostbarkeiten gefunden. Außer der einen Sternschnuppe. Naja. Ich würde sagen, wir begeben uns mal ins nächste Kaufhaus und schauen dann vor Ort, wie die Lage ist. Oh, wobei. Und schon hat es wieder angefangen. Das erste Ablenkungsmanöver. Wobei mir das ja in die Karten spielen könnte. Eventuell unter Umständen. Greifen wollen wir nicht. Ich glaube, das Ding selbst in die Luft zu heben ist selbst für Link und seine gestillten Muskeln dann doch ein bisschen zu viel. Wer weiß, was sich auf der Himmelsinsel verbirgt. Eventuell ja das ein oder andere finanziell Verwertbare. Beziehungsweise Das kam darunter. Hier gibt es leider nichts Fruchtbares für uns. Was ist das? Eine sehr einsame Insel. Es hilft nichts, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen die Landung in Angriff nehmen. Na gut. Bevor die nächste Ablenkung über uns hereinbricht, würde ich sagen, überlegen wir uns, wo wir denn einkaufen gehen. Ich würde fast sagen, in unserem Stützpunkt. Das ist eigentlich die beste Option. Na, dann machen wir das doch. Da findet sich alles, was das Abenteurerherz begehrt. Rossmann, DM, in Rewe, oder so ähnlich. Auch der Held der Zeit möchte eben gut aussehen und gut gestärkt die Welt retten. Und dafür sorgen wir jetzt. Mit denen sollten wir auch bei Gelegenheit nochmal reden. Aber zuerst das Wichtigste, bevor es wieder irgendwie in Vergessenheit gerät. Leitern sind etwas für Schwächlinge. Das ist ja bekannt. Nett. Gratis Werbegeschenke. Aber wie man es kennt, nur Schrott. Man entspannt sich. Du warst der Händler, nicht wahr? Bist du das, Link? Ah nein, das war der Waffenexperte. Ich mache dir die ganze Zeit den Rücken krumm. Ich kriege gar nichts mehr mit. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich im Sitzen mit dir spreche. Naja, ein wenig schon für den Held der Zeit. Den Herrscher über die Dimensionen kann man schon einmal aufstehen. Naja. Nach dem Kataklysmus war plötzlich alles, was man auch nur annähernd als Waffe bezeichnen kann, zerfressen. Ich habe mein Bestes gegeben, das Zeug zu reparieren, aber es war hoffnungslos. Ja, das wissen wir ja. Du bist auch nicht der Händler. Der war doch hier unten. Ach nein, die Händler waren ja oben. Es ist ja schon ein wenig her. Ja, genau. Da, rundherum. Es ist wie gesagt ja schon ein wenig her, seit wir das letzte Mal eingekauft haben. Und das hat uns jetzt in diese Lage gebracht, dass wir so wehrlos sind. Wir haben ja, genau, keinen einzigen mehr. Ich hätte gerne alles. Absolut. Äpfel müssen wir nun wirklich nicht kaufen. Die Garnitur besitze ich ja. Ich muss schon sagen, die Verkäuferin hat ja einen erlesenen Geschmack. Also, wer sich so kleidet, ist bestimmt ein wahrer Krieger. Oder so. Genau, Pfeile, das war das Wichtigste. Und ansonsten gibt es ja erstmal nicht so viel Interessantes für uns. Dann sprechen wir doch mal mit Gobelo. Denn wie es aussieht, hat er auch irgendwas auf dem Herzen. Irgendwas ist ja immer. Da bist du ja wieder. Na los, zeig Joshua schon dein hübsches Foto der geltendhaften Statue. Ah, das haben wir noch gar nicht gemacht. Stimmt. Das haben wir ja vor Urzeiten schon aufgenommen. Das ist ja kein Zweifel. Es handelt sich um das Objekt, das auf dem Fragment abgebildet ist. Danke, Herr Ritte. dieses Bild bestätigt meine Vermutung, dass auf dem Fragment tatsächlich eine Person dargestellt ist. Dies ist ein Durchbruch. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Untergrund einst bewohnt war und noch weitere Erkenntnisse birgt. Ich muss sofort zurück an meine Forschungen. Ach, aber vorher, ich wollte dir etwas überreichen, als Lohn für deine Hilfe bei der Untersuchung. Dies wurde bei der Erforschung des Untergrunds gefunden. Angeblich wurde es von der Sonau-Zivilisation hinterlassen. Daran pulsiert irgendeine seltsame Macht. Vielleicht ist es eine Energiequelle? Wer weiß, möglicherweise hilft es dir ja bei deiner sogenannten Prinzessin Zelda, um vom russischen Gas weniger abhängig zu sein. Bitte! Dank dir habe ich herausgefunden, dass dieses Fragment ein Schlüssel zu einem Geheimnis des Untergrunds ist. Jedenfalls werde ich gleich nachsehen, ob wir bei unseren Fundstücken noch weitere Fragmente haben. Onkel Robby, Herr Ritter, tausend Dank dafür, dass ihr für mich der Suche Sache auf den Untergrund gegangen seid. Das haben wir doch gerne gemacht. Gut, damit wäre diese Akte auch schon geschlossen. Wie viele Pfeile haben wir jetzt noch gleich? 25. Ja, das ist ja eine ganz gute Ausstattung für den Fall der Fälle. Man sollte natürlich immer welche parat haben für die verschiedensten Gelegenheiten. Aber wir planen ja auch keinen größeren Kampf, wobei die größten Kämpfe sind immer die, die man ganz ungeplant hinein stolpert. Naja, aber ich würde sagen, das reicht für den Anfang. Weiter geht's mit der Produktivarbeit. Wir haben ja diverse Möglichkeiten. Hier würde sich natürlich ein Abstecher in den Untergrund anbieten. Schreine gibt es natürlich auch noch genug. Oder wir ziehen endlich diesen schmerzhaften Dorn der schwebenden Kristallinsel aus unserem Fleisch. Ich würde sagen, daran arbeiten wir weiter. Und Türme gibt's natürlich auch. Wohin soll die Reise gehen? Ich würde sagen, wir kümmern uns um die Insel So fähren wir den war das Nein, das war der. Da war der Strudel natürlich neben der Brücke. Was war denn das denn das nochmal für ein Schrein? Da teleportieren wir uns doch mal hin. Denn ich wüsste gerade gar nicht, was das für einer ist, warum wir den einfach so zurückgelassen haben. Im Dschungel hatte das einen Grund? So oder so, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich glaube, den haben wir nur so im Vorbeigehen aktiviert. Genaue Passform. Dann erledigen wir das doch schnell. Okay. Hier soll ich mir wohl eine Brücke bauen. Aber das genau ist zu klein. Ich muss die beiden anscheinend verbinden. Aber wie geht das denn dann? Das reicht ja nicht. Sekunde. Ist das wirklich so gedacht? Es sieht so aus, aber das hilft mir... Ja, okay, doch. Das gleitet. Das war nämlich meine Frage, ob das hier rutscht und dem ist tatsächlich so. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber dann ist der Fall natürlich klar. Dann hilft mir das natürlich enorm. das war knapp. Eventuell hätte mich das im Schwung verletzen können. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, da fahren wir einfach mal mit. In den sicheren Tod. Ach schön. reizend. Was können wir tun? Damit das die Kurve übersteht. Das fällt drunter. Was haben wir denn für Bauteile? Nur Quadrate. und wie kommt man an die Tour ran? Das machen wir mal zuerst. Ja, so nicht, oder? Geht das so einfach? Nee. Hätte mich auch gewundert stapeln eventuell. oder doch eventuell so und dann irgendwie nee, oder? Nee. Ich glaube eher nicht. Doch, natürlich, genau so. Ein Stups. Genau so nämlich. Ja, nicht ganz, es fehlt noch ein Quadrat, das haben wir ja. Das haben wir ja. Das fügen wir noch an und dann haben wir uns eigentlich ja eine Brücke gebaut. Nicht wahr? Anscheinend ist es doch nicht das wahre. Oder habe ich es einfach zu weit weg angelegt? Aber sonst komme ich da ja nicht hoch. Klappt das jetzt so? Ich habe Angst. und wie. Ganz wunderbar sogar. Anti Rutsch Medizin Rutsch Reduktion für sieben Minuten. Der Anti Rutsch Effekt Level 2 bewirkt, dass du auf nassen Oberflächen nicht abrutscht. Dank stark absorbierender Zutaten und unerlässlich bei plötzlichen Regenschauern. Ach wie nett und wie interessant. Dafür braucht man bestimmt irgendeinen Froschleim oder so um das herzustellen. Aber zurück zu unserem zentralen Problem hier. Wie übersteht das die Kurve? Wir haben ja keine Räder oder Ähnliches. Vielleicht wenn wir es anders rum drehen. Naja. Ich würde sagen das ist einfach ein bisschen zu groß. Vielleicht ist da so ein Quadrat besser. Könnte ich mir vorstellen. Das ist einfach beweglicher. vielleicht ist das schon wendig genug. Ich muss nur schnell genug raufkommen. Ich habe das glaube ich nicht so gut gelegt. Ach nein oder ich hätte okay ich habe schon einen neuen teuflisch genialen Plan. Ich glaube ich muss ein Stück für den ersten Abschnitt benutzen. und muss dann schnell genug eine zweite Platte auf den anderen folgenden Abschnitt legen um dann nah genug ans Ziel zu kommen. Aber ich habe gesehen ich glaube da reicht es schon wenn ich den ersten Abschnitt überlebe und den Rest einfach gleite. Ich glaube das geht schon. Aber das muss ich jetzt schon mal loslösen. Wobei nee das darf ich nicht. Ah verdammt. Ich glaube ich behalte das in der Hand. interessant da habe ich mir jetzt einen Bremsmechanismus geschaffen und da liegt das zu schief oder was ist da jetzt los? Ich habe so im Gefühl dass ich auf einer ganz guten Spur bin aber das Spiel sagt bislang noch nein zu meinen Ideen so jetzt und jetzt Mist oder kann ich einfach auf den Schienen laufen aber ich glaube so billig werde ich hier nicht mehr kommen das würde mich schon sehr wundern wenn das funktionieren würde ein bisschen kochen hätten wir auch wir hätten auch besser ein bisschen gekocht naja so Moment eins nach dem anderen wir machen das Experiment kann ich auf den laufen mit Sicherheit nicht aber man darf ja nichts unversucht lassen ja sehr entspannt kann ich auf den laufen hm das Problem ist dass die Platte dann so einen Schwung entwickelt dass ich dann gar nichts mehr machen kann es müsste etwas geben was wie Räder auf diesen Schienen wirkt ähnlich wie in diesem Schreien damals hier geblieben das brauchen wir noch das Schiff müssen wir einmal trocken legen nervtötend ne wir brauchen uns aber schon richtig liegend wie wärs denn so nicht oder wir machen es nee das geht ja auch nicht wir können das nicht einfach so machen wie den Schreien zuvor das wollte ich tun nee aber so nicht wobei wir probieren es mal aus tut ja alles nicht weh na wobei ja kann unter Umständen doch schon wehtun wenn ich hier Blödsinn mache aber Link ist so einiges gewohnt der hält das schon aus Schmerz stellt nur den Geist nee eigentlich wollte ich das nicht so haben nee so tatsächlich nicht eher so ah das war ja sehr interessant was sich dann zum Schluss für eine Sekunde ergeben hat ich habe schon neue Flausen im Kopf diesmal muss es wirklich ganz aufs Trockene und dann machen wir folgendes natürlich wir machen das so und dann bauen wir einen Haken dran genau das könnte gehen ah Moment eine Kleinigkeit fehlt noch ein Detail fehlt noch damit es nicht entgleist es hängt fest nee doch nicht gut alles klar machen das auf der anderen Seite noch zu ich glaube wir haben es das sieht doch vielversprechend aus absolut TÜV geprüft das sieht sehr gut aus ist ist es auch richtig drin der Zug muss schon richtig eingesetzt werden äh ja okay das ist klar wir müssen es nur drauf schaffen ich glaube das ist so das Problem aber nicht für uns na wer sagt es denn eine hervorragende Seilbahn nett sehr sehr nett muss man sagen und wie geht es hier nun weiter oh wir müssen hoch Mario Kart war gestern jetzt gibt es Zelda Kart das sind Ventilatoren okay und sind die stark genug um eine Steinplatte nach da oben zu bewegen irgendwie bezweifle ich das recht stark wir probieren es mal aus ob das in der Theorie irgendwie geht oh ja oh und wie das geht auch in der Praxis sogar na gut dann haben wir das Fundament schon einmal gelegt dann fehlen nur noch kleine Details die müssen aber stark sein die Ventilatoren da würde ich sagen bauen wir im Prinzip wieder so ziemlich das gleiche Konstrukt wie vorhin nur dass es diesmal irgendwie angetrieben sein muss irgendwo müssen wir dann den Ventilator dran basteln wo genau das wird sich dann noch zeigen ja aber ich würde sagen wir bauen wieder so eine Gleitkonstruktion nicht ganz komm schon perfekt es sind auf jeden Fall wieder die Teile dafür da das ist schon ein Indiz ok und wo bauen wir den Antrieb hin ja dann hier hin das hält ok ok jetzt muss ich das ach moment sekunde mal was ok das sieht in etwa so aus wie das deutsche schienennetz nach jahrzehntelanger vernachlässigung warte mal was wie soll ich denn jetzt auch noch hier einen abgrund überwinden hm hab ich schienteile zufällig nicht kann ich nicht einfach hier irgendwie einsteigen schon und das Teil direkt an die richtige Schiene hängen das kommt mir doch so einfach vor aber wer weiß nee das nee nee da fiele mir theoretisch nur das ein dass wir einen Doppelhaken bauen aber ich glaube nicht dass das hier gefragt ist naja aber erlaubt ist ja was funktioniert wenn es funktioniert dann ist das schon schon in Ordnung würde ich sagen nee ich glaube das ist zu absurd selbst für mich aber wir können mal einen Test machen oder was in die Richtung was müsste ich denn bauen um so einen Abstand zu überwinden wir können ja mal eine Testfahrt machen oder vielleicht muss ich hier diese Taktik anwenden nee aber ich kann das ja nicht mal hier anbringen ich habe gedacht dass ich ein Teil an den ersten Abschnitt hänge und das andere an den zweiten Abschnitt aber ich komme ja gar nicht mal dran oder hier muss ich ja prinzipiell naja doch ist auch kurvig ich dachte dass ich dass einfach dass ich hierfür einfach Planken aneinander reihe also wie das funktionieren soll muss ich erst noch zeigen wir machen mal einen probelauf und schauen mal wie die sache so aussieht praktisch das ist sogar zu schwer wie es scheint oder yep sicher yep oder ist das Problem irgendwo anders ohje da möchte ich wahrlich nicht drin sitzen in dem fahrenden Sack hier ich komme da ja nicht hoch das ist die Schwierigkeit also eine Umsteigelösung ist hier auch nicht drin und es darf anscheinend auch nicht zu schwer werden weil die Antriebe sonst versagen sich an das wird es wird es wird es wenn es Es hilft ja auch nichts, das jetzt einfach hier dran zu hängen. Und dann loszufahren. Das kommt ja dann auch gar nicht. Es muss ja wieder so eine Klammerkonstruktion sein. Sonst geht das ja gar nicht. Das muss ja eine Kurve überstehen. Und das ist ohne Klammer doch gar nicht möglich. Ich dachte ich da an sowas in etwa. Ja, guck mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir testen mal. Ganz unverbindlich. Ohne Verpflichtungen. Ohne Drama. Aber dann haben wir eben wieder das Antriebsproblem. Äh, so. Okay. Somit wäre es schon mal sicher vor Entgleisungen. Würde ich sagen. Oder einfach ein Doppelantrieb. Aber ich glaube, das hilft dann nichts. Wenn es nicht geht, dann geht es glaube ich nicht. Am besten so. Mit zwei Turbinen. Könnte es gehen. Vielleicht war eine allein einfach zu schwach. Könnte sein. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube es irgendwie nicht. Naja. Auf geht die Wildhimmelsfahrt. Ja, doch. Moment. Sekunde. Das ist jetzt auf der Schiene. Sekunde. Aber da wird es dann entgleisen. Wobei. Doch wird es. Wird es. Das ist ja jetzt angepasst. Auf die Spurweite. Ah. Und es reicht nicht mal. Aber dann wäre es schon mal hier oben. Was schon mal ein Teil Sieg wäre. Aber ich glaube, das kann man nicht in einer Tour schaffen. Und das muss man wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt. Wir haben ja noch Material. Von vorhin. Und das müsste ich eben jetzt irgendwie hier anbringen. Ich glaube, das geht sogar. Nennt mich verrückt. Aber ich glaube... Uh. Du guckst die Güte. Ich glaube, das geht sogar. Das brauchen wir nicht. Denn das ist ja eine Konstruktion für... Die einfachen Spuren. Das muss ich da dran kriegen. Aber das will irgendwie nicht. Der Mist ist, dass ich da nicht dran komme. Ich komme nicht hoch genug. Ich glaube, das ist ja eine Konstruktion für mich. Ich glaube, das ist ja eine Konstruktion für mich. Okay, jetzt hängt es da dran. Aber es soll ja nach rechts. Da kommt es einfach nicht dran. Ein kleiner Hauch fehlt. Nein. Laufen kann ich darauf nicht so entspannt. Dann könnte ich darauf umsteigen. Und dann wären meine Probleme doch... Vergangenheit oder nicht. Wobei, warte mal. Wenn ich es schaffe, das da draufzulegen... Dann wäre mir doch schon sehr geholfen. Ja, aber bei so einem riesigen Teil ist das eher schlecht. Heute bewege ich echt Müllberge. Und darauf zu stehen ist halt... Eher nicht so drin. Es ist so, als wäre das einprogrammiert. Dass das... Auf den ersten Metern geht. Irgendwann dann aber nicht mehr. Damit man hier nicht schummeln kann. Ich kriege es nicht nach vorne. Jedenfalls nicht so, aber... Mit ein bisschen... Mit ein bisschen... Gewalt... Andersrum vielleicht. Nee. Das wird nichts. Egal wie toll es wäre... Egal wie toll es wäre... Es klappt halt nicht. Oder ist es drauf? Ja, es ist doch drauf. Okay, jetzt müsste ich es nur noch drehen, aber ich glaube... Nee, das wird alles nichts. Also so rum geht es... Also so rum geht es drauf. Ja, guck mal. Ja. Ja, perfekt. Nein, verdammt. Jetzt hat das zu viel Schwung. All das mutet doch sehr inoffiziell an. Ich glaube nicht, dass das der... von Nintendo intensierte... Intendierte... Weg ist... Weg ist, das hier zu managen, aber... Wann hat mich das je gekümmert... Wann hat mich das je gekümmert... Ich glaube an diesen Ansatz... Nee. Aber er glaubt nicht an mich. Okay. Das einzige, was mir sonst noch einfällt... Das einzige, was ja möglich ist... Ist das da oben abzulegen. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwas damit machen kann. Das ist das einzige, was übrig ist. Oder geht das doch einfach so irgendwie schon? Nee, das muss ja jetzt logischerweise ein Gleisen. Muss ja. Und jetzt bräuchte ich halt was... Zum Umsteigen. Was aber auch... Was für ein... Spielchen wird hier geschehen. Ich glaube, hier braucht es mehr als bloß... Eine dritte als... Oh nein. Wobei... Ich weiß es nicht. Kann ich etwa am Ende auf diesen Schienen Schild schlütern? Ich glaube aber eher nicht. Das wäre wirklich ein Skandal. Wenn es dann so leicht wäre... Genau. Und... Uh. Wir umarmen das Verderben. Ihr Lieben. Das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen. Danke, dass ihr dem Grübeln beigewohnt habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frühstück. 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 Vielen Dank.